Monheim am Rhein, Rheinkiesel 714, Februar 2019. Bei Haus C. sind wegen der Niedrigtemperaturen Aufräumarbeiten angesagt. Man kann aber Raumaufteilungen schon erkennen. In Haus B. verlegt die Firma Regatherm zur Zeit die Fußbodenheizung, nachdem die Putzer ihre Arbeit durchgeführt haben. Nachdem die sogenannten Tackerplacken verlegt wurden, wird das Rohrleitungssystem verlegt. Hierüber kommt der Estrichboden. Zum Schluss wird ein hochwertiger Fußbodenbelag verlegt. Für den Innenausbau wird laufend Material angeliefert und an der Fassade wird noch gearbeitet. Wenn die Bebauung einmal abgeschlossen ist, wird der Kreisverkehr vor Haus A umgestaltet und im Laufe der Rheimpromenade wird laut Auskunft der Stadt Monheim eine Panoramatreppe erstellt. Des Weiteren wird laut der Stadt Monheim der Bereich Marienkapelle und Deuserhaus umgestaltet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017